So, hi, da sind wir wieder mit Justin in Elisintal. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen das Lager erforschen. Denn hier gibt es einen Schatz. Du bist du, Sanjin. Alles klar. Und hüp. Wie weit geht das hier runter? Ich sehe nichts. Oh, da ist Lava. Da ist auch Lava. Das zerfällt. Ich fühle mich nicht schlecht. Da unten ist ein Zurückporteding. Nein! Das ist gerade ein langsamen Tod gestorben. So. Lavaviecher. Magma Klopse. Ich nenne sie Magma Klopse. Das passt. Bings! Ich finde Lava Klopse ist ein schöner Name. Da unten ist ein Felsen. Das zerfällt nicht. Du darfst jetzt aufhören mit Blasen. Ich glaube es ist ein Ding. Komm runter. Ja. Ja. Wir können mir gar nichts. Ein Büffelburger. Wir haben Büffelburger gefunden. Halb rosa gekocht. Auf ein Brötchen mit etwas Butter serviert. ähm, achso Doppelsprung, ja den kann ich immer noch und ist schön, wenn man seine Fähigkeiten vergisst das ist natürlich absolut untypisch für mich ähm, hm, wie, warum hast du mir den Weg nach oben da so gezeigt also das ist garantiert ein Weg zurück, eine Abkürzung das heißt hier oben können wir irgendeine Pumpe anschalten oder so, oder einen Generator anwerfen keine Ahnung, bestimmen wir den erst mit Sprit füllen den wir lange, äh, lange, lange suchen müssen ach, dieser unglaubliche Tipp Mensch, Fidget alter Partylöwe ohne dich läuft hier gar nichts also diese zerfallenen Dinger macht mir echt Angst ja, ich wusste es, ich wusste es kling ok, das war gut das haben wir super hingekriegt nee, nee, Schlüssel ok jetzt hier wieder rüber ich glaub, es ist ein Vulkan also gut, ich hab auch natürlich noch nie live einen Vulkanausbruch aah aah nyee moment, wir brauchen Eis ich brauch ein Eis jetzt sofort ok, ok au der war das verkackt mal wieder ok, jetzt nach oben ich hoffe keine Jump-Run-Passage mehr hier zumindest nicht mit sowas mit dieser beweglichen Plattform muss ich umdenken umdenken ist schlecht muss ich in Bewegungen denken das ist schon, also hey, den haben wir ganz schön und es gibt einen Hotdog dafür sehr gut och nö och nö genau sowas meinte ich und die Lava spritzt auch nicht auf seinen Kopf, ne nein nein ich hab Angst irgendwas ist hier richtig böse im Argen ich meinte natürlich das war voll einfach was müssen wir da drauf schießen der braucht bestimmt Strom ich hab keine Energie aus dem vielleicht gibt es ein Weg um die Sparke ach ja das gut gut fertig, Fidget der Kamp sollte jetzt bekommen 力 ehrlich Fidget woher wäre ich ohne dich wahrscheinlich noch wunderschöne in den montagern in Aurora wait was haha was ich Okay, das ist der Generator und der Wasserpumpe online. Lass uns an Sanjay zurückkommen. Ah, ist ja mein Aufzug. Moin! Soll ich den Geheimnis verraten? Ja, aber gern doch. So, jetzt schauen wir nochmal nach dem Speer, der irgendwo am östlichen Ende des Lager... ...der am östlichen Ende des Lagers... Was ist das für ein Lager? Mittendrin stehen auf einmal Gegner. Ne, da oben gibt's nix. Wollte ich jetzt nur mal Interesse halber gucken, ob da oben vielleicht noch irgendwie da eine Schatztour ist, die hier angeblich sein soll. Oder irgendein anderer Schatz. Die es hier angeblich gibt. Aber das sieht nicht so aus. Äh, hörst du was? Nö. Hast du da was gehört? Ich hab kein unheimliches Grollen gehört. Vielleicht hat der Speer ja was gesehen. Haha, Kiste gefunden. Und... Warum mach ich eigentlich die Kisten auf? Ich hab das, glaub ich, schon mal gefragt. Königskrabbenbeine. Magma. Ah, was ist ein Magma-Mantel? Der ist natürlich noch mal besser als das Wichtigste, was ich hab, oder? Sechs Regeneration. Ja, ja, so minimal besser. Dann müssen wir uns den auch noch mal bauen, irgendwann jetzt. Oh Gott, das ist der Speer. Oh nein, Dust, schau. Das ist der Missing Sentry. Was ist hier passiert? Ah, Dust, schau raus! Unsichtbare Gegner! Kehrs Bericht. Abendlicher Bericht. Wie immer erweisen sich die lokalen Kreaturen als permanente Störung für unsere Kundschafter. Es würde wirklich helfen, wenn nicht alles hier fortwärmend brennen würde. Ich soll nach warmbütigen Soldaten ausschalten, aber ich habe nichts gesehen oder gehört. Ich dachte, ich hätte vorhin im Osten Stimmen gehört. Aber ich bin mir sicher, dass ich mir das noch eingebildet habe. Da sind unsichtbare Soldaten. Das ist ja unfair. Wer denkt sich sowas aus? Da bist du ja wieder. Arschlauch. Hier, Überraschung. Zack. So. Aber da sind ja nur noch mehr. Also unsichtbare Gegner, das ist schon echt unfair. Oh. Ich dachte, ich wäre getroffen worden. Ist aber nur ein Level up. Upsi, das ging immer wieder auf die Angriffskraft. Ich meine natürlich. Hallo. Wohin wirst du bitte schon vor mir fliegen? Sagen wir jetzt nicht, dass ich hier auch noch unsichtbare Gegner sind. Ich bin ein Helikopter. Und ich kann fliegen. Schau. Nein. Nichts. Also ja, okay, das hatten wir schon. Schlechte Nachrichten, Freunde. Ja, Fidget. Ich habe das Worte und die Worte geäußert. Mit der Kraft und Wasser flogen durch unsere Campen, wieder einmal werden wir besser vorbereiteten, um unsere Enemies zu beschäftigen, und sicherlich zu unseren Woundedern. Danke, Dust. Ich glaube, wir sind als bereit, als wir möglich sein können. Mit den Enemen zu den Garten, wir haben keine Wahl, aber zu beginnen unseren Garten. Unsere Worte sind auf der Nähe des Campen, wundern Sie für Sie zu führen. Geh diese Läu-Resonanz-Gem, Dust. Use es, um die Garten zu öffnen. Danke, Elder, für alles. Alles, was passiert, Sen-Mithrarin, weiß, dass ich erinnert bin, vor dir zu stehen. Die Moon-Bloods folgen dich bis zum Tod. Jetzt geh, und Dust. Glückwunsch. Glückwunsch. So, aber wir haben jetzt einen gelben Resonanz-Stein. Das heißt, ich will damit nochmal testen, ob ich jetzt da dieses eine Ding da aufkriege, weil da waren ja noch ein paar Zwischenteile, durch die ich nicht durchgekommen bin. Wie war denn das? Ne, da bestimmt nicht. Da habe ich ja alles. War es im Schützenpass? Irgendwo hatten wir doch hier diese tausend, tausend Tore da. Gold von Avardis? Ne, das passt glaube ich nicht. Das passt aber auch nicht. Naja, das muss ich mal irgendwann anders suchen. Machen wir weiter. Wir müssen... Krieg... Krieg führen. Ich wollte schon sagen Krieg spielen. Krieg spielt noch nicht. Jungs, seid ihr bereit? Heute heißt es... Für Volk und Vaterland. Folgt mir in die Schlacht. Hm. Drücken wir so noch einen Schatz hin. Irgendwie glaube ich das nicht so richtig. Ich glaube, die wollen uns nur verarschen. Vielleicht da unten. Wo ich nicht runterkomme. Ich glaube, mir fehlen sowieso noch ein paar Fähigkeiten. Ich bin es 1 oder 2. Achso, ja. Unsichtbarer Gegner. Aber ich habe ich ja schon wieder total vergessen. Ich habe euch ja total übersehen. War dumm. Wie viel seid ihr denn? So. Wo belebst du denn noch? Mensch. Was shocking. Fidget. Wir gehen wieder auf deinen normalen. Unglaublich mächtigen Schussangriff. So. So. Sehr gut. Sesam öffne dich. Sesam öffne dich. Wie kommen die Gegner da eigentlich durch? Gibt es so viele Resonanzstände auf der Welt? Oder wie? Sag mal irgendwo runter. Aber wohin? Ah, hier. Unser Händlerfreund. Es scheint, mein Geheimnis ist weg. Ja? Es ist ehrlich gesagt nicht so viel für ein Geheimnis. Also? Du wirst uns das ganze Zeit aufhören? In einer Weise zu sprechen. Nur sicher, dass du für die Reise gut gefordert bist. Na gut. Wir freuen uns die Hilfe. Ich bin glücklich, mein Freund. Alles was du brauchst, lass mich einfach wissen. Okay, was hat er denn? Königskramp bei einem. Geil wie vom Holzkohlegrill. Oh, frisch gegrilltes. Ich hasse Grill. Ich meine natürlich Grills ist geil. In einem köstlichen Fest mal mit gegrilltem Rindfleisch fühlst du dich satt und rundherum zufrieden. Das steht zwar rundum, aber egal. Ich kann nicht lesen. Das ist ja normal. Ja, da gibt es auch nichts besseres. Ja, schreckliche Reste. Schön. Ring des Lehrlings. Ich brauche einen Ring des Meisters. So, schauen wir mal. Habe ich irgendwas Neues gefunden? Wahrscheinlich schon. Hier gibt es ja nochmal neue Gegner. Mit wahrscheinlich neuen Drops. Zum Beispiel sowas hier. Oder... Ach, das Metall. So, und was brauche ich denn für mein... Für mein Dingens hier? Das waren solche Wolfsfälle hier. Deine Transaktion ist... Achso, halt. Moment. Dann... Ich will mal gucken, was ich für die Rüstung gebraucht habe noch. Zwei so Steine, die zerbrochen aussehen. Ich bin tot. Ich weiß, ich weiß. Wie immer. Hm... So was hier. Hartes Metall. Ah, eins kann ich kaufen. Oho! Lecker, Mio! Okay, wir gehen noch ein bisschen gegen. Hm? Da. Die Krieger sind gesammelt. Ah, Mithrarin. Superb timing. Wie Sie sehen können, unser Weg aus dem Camp ist geflogen. Eine Art von Rockslide, sehr unverwärmlich. Ja, das passiert manchmal, wenn Sie die Stadt in ein Volcanic Wasteland. Anyway, wir brauchen die Obstruction, bevor wir zu dem Camp. Ich will sehen, was ich kann. Hm... Ich hab nen Plan. Ich hau mal dagegen. Es klappt nicht. Hm... Wir müssen was anderes machen. Wie wärs, wenn nicht? Dagegen hau! Nein, verdammt! Es klappt nicht. Ich könnte dagegen hauen. Nein. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Da hätte ich Spaß dran. Erstmal rutschen wir rüber. Zwei Schatzkisten. Das ist uncool. Ein Schlüssel. Das ist cool. Da oben ist nichts. Das ist uncool. Ich hab drei Schlüssel. Ich glaube, ich heb mir meine Schlüssel auf. Hey! Halt! Geblieben! Wo geht's lang? Du hast mich voll nervös. Oh oh. Okay. Taxi. Ey. Du lässt das Ding sich einfach auf. Ähm. Achso. Hier geht's runter. Ups. Boom. Bums. Geh doch mal. Hier. Ja, geh doch. Was ist da drüben? Da läuft nur die Soße runter. Waaah! Ein bisschen was habe ich hier schon, ne? Okay. Speicherpunkt. Oh! Ne! Wo kommt der denn her? Hat sich jemand... Das ist nur mal schnell aufgeschrieben. Er kommt. Oh ja, komm. Das jetzt hab ich mal nicht so. Ich mein, es ist nur verdammte Lava. Ich glaub's ja nicht. Ist egal. Ich hab den Schlüssel. Das war, was ich erreichen wollte. Und zwar mit einem super mäßig... Mörder-Skill. Wie nur ein paar das haben kann. Wie nur ein paar das haben kann.